Im heutigen Vortrag spreche ich darüber, worauf es bei Bewerbungsgesprächen ankommt. Bewerbungsgespräche bestehen in der Regel aus mehreren Phasen. Der potenzielle Arbeitgeber möchte sich einen umfassenden Eindruck von einem Bewerber verschaffen. Sie möchten einerseits ihr Fachwissen unter Beweis stellen und andererseits die Persönlichkeit des Kandidaten kennenlernen. Daher ist eine sorgfältige Vorbereitung auf das Vorstellungsgespräch wichtig. Bewerbungsgespräche verlaufen nicht immer nach dem gleichen Muster. Insgesamt gibt es sechs Phasen des Gesprächs. Begrüßung und Smalltalk, der erste Eindruck ist wichtig, Blickkontakt schafft Vertrauen. Der Werdegang des Bewerbers, Stellenprofil und Bewerberprofil. Persönlichkeit des Bewerbers, Ausblick und Abschied, das Unternehmen. Bewerber werden auf ihre fachliche Eignung geprüft. Es können technische Fragen gestellt werden oder der Antragsteller gebeten werden, eine Lösung für eine bestimmte Situation vorzuschlagen. Der Arbeitgeber möchte testen, wie Bewerber mit Stresssituationen umgehen. Auch Aspekte wie Persönlichkeit und emotionale Intelligenz sind für einen Arbeitgeber wichtig. Menschen stellen oft Fragen zu stärken und schwächen. Gegen Ende hat der Bewerber in der Regel die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Antragsteller wird außerdem darüber informiert, wie das Verfahren voranschreitet und wann mit einer Antwort zu rechnen ist. Ich gehe davon aus, dass das Bewerbungsgespräch die große Chance auf den Traumjob ist. Damit komme ich zum Ende meiner Präsentation und bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass ich Ihnen ein paar spannende Einblicke geben konnte.